Ah, das ging ja schnell. Thank you. Das ist ja riesig. Wie viel ist denn da drin? Ein Pint hat genau 0,568 Liter. Man kann übrigens super gut erkennen, ob ein Guinness gut gezapft ist, wenn man ein Gesicht in den Schaum macht und das dann stehen bleibt. Das ist ja interessant. Stimmt, das Gesicht wird genau so stehen. Jetzt sehe ich es auch. Dann war das ja richtig gut gezapft. Ich glaube, ich nehme nochmal so 0,568 Liter in diesem Zeug. Ich auch, gerne. Ich auch.